Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, da hat es auch schon gleich gezappelt. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Video ist ganz aktuell, ist nämlich von heute. Und wir sind hier beim 1. FC Frankfurt oder im Stadion der Freundschaft. Und trotz Corona machen die hier ein Testspiel gegen Energie Cottbus. Das findet Jason Stanley richtig stark. Der allseits zitierte Hopper-Zirkus oder Hopper-Fasching ist ausgeblieben. Denn es wurden nur 500 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Es sind natürlich schon noch ein paar Regularien hier einzuhalten. Wir haben gerade den Abpfiff der ersten Halbzeit gehört. Der Ball rollt. Ein Hauch von Bundesliga. Das finde ich nämlich top. Es sind auch ein paar Cottbusser hier. Und auch ein paar Groundhopper haben es tatsächlich reingeschafft. Und wir genießen einfach die Tatsache, dass Fußball wieder läuft. Ich glaube, bei Alemannia Aachen sind auch schon ein paar Testspiele im großen Stadion gewesen. Und ja, wenn man sich hier so eine Perle in Frankfurt-Oder angucken kann, wie das Stadion der Freundschaft, da hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Also es wird langsam, aber denkt dran, steckt euch nicht an, sonst war es das wieder mit den ganzen Testspielen. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Ich zeige mir hier so ein Frankfurter Wasser rein. Irgendwas ist immer, ne? Jojo trinkt auch gerne Wasser. Das mache ich auch mal. Und bin gespannt, was die zweite Halbzeit auch bei diesem fantastischen Kick für uns bereithält. Also, ne? Bleibt sauber. Ober und aus.